Ich liebe ja Maschenproben stricken. Und nicht nur, weil ich es jobbedingt ständig machen muss. Ich finde es einfach rundherum klasse. So wollte ich neulich meine Jacke Angie aus einer anderen Wolle nachstricken. Und wenn ich eine neue Wolle bekomme, wird die erstmal angestrickt. Das ist Dopamin pur. Gemütlich Maschenproben machen. Ich will dann auch gar nicht direkt was Richtiges, was Großes stricken, sondern erstmal ausprobieren, wie sich die Wolle verhält. Verschiedene Nadelstärken, von dünn nach dick, in Ruhe überlegen, was hat die richtige Festigkeit, was sieht auch von Weitem gesehen gut aus. Man muss ein bisschen an dem Stück rumziehen und testen. Und das finde ich alles super entspannt. Es geht noch um nichts und es gibt keine Sorge, das was nicht passt hinterher, keine Rechnerei und so weiter, sondern einfach erstmal das Material und die Farben genießen.